hallo meine lieben hier ist alles sexy baxi und ja wir heute spielen carl of duty wieder freitag und ja frei für alle gleiche map wie letztes mal und sage ich euch eins das ist gleiche lobby wie am mittwoch ok schon ein kill und ich habe finde ich keinen gegner sauzupi ihr wollt mich verarschen? ich renne durch die ganze karte finde ich keinen beschiedenen gegner und der eine gegner findet mich toll Oh, der arme Bubi. Volltreffer. Mehr kannst du nicht machen. Ja, 1. Kill. Wow, ein Rekord oder das? Komm schon. Hey, ohne Scheiß. So viel Spielen. Ich finde kein einziger Buster. Alle campen. Ja, alle campen wahrscheinlich. Ja. Jetzt weiß ich. Ich habe so eine Lobby-Gee getroffen, wo alle campen. Alter, wirst du mal verarschen? Und ich habe ein bisschen zu viel geschossen. Ich bin ein Rekord im Kopf. Ich bin ein Rekord. Ich bin ein Rekord. Ich habe es nicht mehr ini. Ja! Klaaasse! Ja, das bin mir auch in einem Jani-Spiel. Jeder war, um uns irgendwann gewechselt. Wenn siehst du mit dem Granat nicht, bist du selber schuld. Nein, wirklich, ich hab mich am Boden nicht gelegt. Ah ja, jetzt bist du tot. Oh ne, der andere jetzt. Ich bin ein Verletzter, fuck. Ich hab so gefühlt, diese Savorooker sind irgendwann. Manchmal. Na? Loll, ich fühle mich wie eine Lüte. Loll, der hat mich verfolgt, ganze Zeit. Ja, ich bin ein Verletzter. Ich bin ein Verletzter. Ich bin ein Verletzter. Ja, ich bin ein Verletzter. 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 Schade. Der wollte nicht sterben, also. Gute Tag. Alter. So, jetzt soll es so sein. Na toll, nicht so, aber ja. Du bist so eine Ratte, Ratte, supergeilte Ratte. Ey, ohne Scheide, ihr fucking Schleicher! Ich bin Heizter! Fück euch, könnt ihr nicht. Ey Leute, er hat uns schon gekillt. Supi! Ey, was hat sich! Ohne Scheiß! Ich komme raus und bin von hinten gekillt. Das hasse ich. Sei ernst! Sei fucking ernst! Du musst früher aufschreien. Ja. Ja langsam, glaube ich, hole dich nach. Hoffentlich. Nee. Kann das auch. Nee! Fuck dich! Ich hab so hoch gezillert. Gezilla! Du werde mich ja nicht bewegen. Nee! Fick dich! Ganz ehrlich! Nee! Keine Chance! Das ist fast um! Schneller! Nee, das hab ich nicht mehr. Alter, wo sind die? Feindliche Drohne nähert sie. Na schade. Schade. Ganz schade. Aber gut dann. So Leute, ich werde sein. Das war's. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Und jetzt können wir gerne das, das wie ich wiederholt habe.